Während Yuan das Land der tausend Träume und die talentierten Menschen dort kennenlernte, übergab Moadam im Palast den kaiserlichen Boten einen Brief, den er zu Prinzessin bringen sollte. Sofort bereitete er seine Suche vor, um sich dann mutig auf den Weg durch das Kaiserreich zu machen und Yuan im Land der tausend Träume zu finden. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.